Tobi Asch, geh nicht in den Schnee. Deine Füße werden voll. So, hier haben wir einen Laden mit alles mögliche drin und hier ein Kiosk für Früchte. Manche Wohnhäuser sind isoliert, hier eben nicht. Da drüben, da hinten, dieses Gelbe ist isoliert. Drüben, das von rechts nicht, das von links teilweise ist isoliert, wie man Geld hatte. Hier ist eine schöne, feine Bushaltestelle, meistens von Autos besetzt. Nach vorne eine Bank und die Kinder freuen sich über den Schnee. Hier haben wir zwei Tobi, nicht ruhig, ja? Ja. Mach, mach. Wir machen jetzt so Engel. Wir werden auch nachmachen. Ja, wie gesagt, er wird nachmachen. Tobi Asch, Ignatius, andersrum, du sollst dich auf den Rücken legen, wie Tobi Asch. Ich nicht. Auf den Rücken. Also wir werden. Kurz. Den Rücken.